Normalerweise wollen sie in Excel nur Ergebnisse in den Zählen sehen. Bei einer Fehlersuche ist es aber ratsam, alle Formeln anzeigen zu lassen. So kann man direkt sehen, ob etwas nicht stimmt. Wie man sich diese Excel-Formeln anzeigen lassen kann, das sehen wir uns in diesem Video an. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ich habe nun ein neues Microsoft Excel geöffnet und habe eine Budgetkalkulation. In meinem Fall möchte ich nun auf einen Blick alle eingesetzten oder angewendeten Formeln sehen. Wie mache ich das? Dazu gehe ich im Menü in den Bereich Formeln und wähle dann in dieser Rubrik Formelüberwachung das Symbol Formelanzeigen aus. Nach Klick sprengt Microsoft Excel in den Modus über, alle Formeln anzuzeigen. Wie das hier zu sehen ist, verwende ich diese Summe über diese beiden Zellen. So wie auch hier sehen wir die einzelnen Berechnungsformeln. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald!